Nachdem wir die Extravagante gesehen haben, habe ich hier neben mir auch jemanden von der Modebranche. Ich habe hier den Adrien neben mir schon, ein waschächter Walliser. Der Adrien ist kein geringerer als der Chefdesigner von NavyBoot. Hallo Adrien! Hallo! Du bist hier am Openair Gampel. Bist du jedes Jahr am Openair? Nein, ich war seit neun Jahren nicht mehr am Openair und war extrem lange nicht mehr am Walliser. Und jetzt bin ich zurück, um wieder an den Openair zu gehen. Sehr schön. Ich nehme es an, du als Walliser wirst sicher jede Menge Leute kennen und wirst jede Menge Leute treffen. Ist das auch ein Grund, wieso du ins Openair kamst? Ja, das ist sicher auch ein Grund, um viele Leute wieder zu sehen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Und zwei Tage wieder ein bisschen spassen. Sehr schön. Welche Gruppen interessieren dich besonders? Ja, ich freue mich sicher auf Skin und Kankenensees und Chemical Brothers ist sicher auch gut. Und Berliner Combo-Moresite freue ich mich auch darauf. Du als Modedesigner siehst hier jeden Schrecken vom Moden. Tut dich das nicht irgendwie abschrecken oder schröttern, wenn du den ganzen Fleischmarkt siehst? Absolut nicht, weil ich sage immer, jeder muss sich so geben und abziehen, wenn er sich wohlfühlt. Und da bin ich völlig liberal. Sehr schön. Merci Adrian für dieses Gespräch. Viel Spass am Openair. Danke.